Süddesphalen ist unsere Heimat. Wir sind vor über 230 Jahren hier gegründet worden und seitdem erfolgreich in dieser Region. Und das wollen wir auch bleiben. Wir sind nicht immer die Größten, aber wir sind international, weltweit aktiv und auch erfolgreich. Obwohl wir mit zu den teuersten Industriestandorten auf der Welt gehören, ist offensichtlich unsere Qualität, unser Leistungsversprechen gegenüber den Kunden so gut, unsere Zuverlässigkeit so gut, dass wir nachgefragt werden. Südwestfalen ist eine der klassischen Industrieregionen. Insofern steht die Marke Südwestfalen in allererster Linie für mich als Unternehmer für Industrie, für erfolgreiche Industrie. Dann aber auch natürlich für gute Freizeitmöglichkeiten. Nicht nur zu wandern oder im Winter Ski zu laufen, sondern auch Wassersport zu machen. Reiten, Golfen, Tennis, jede Art von sportlicher Betätigung. Und das macht es die Kombination. Unser Landrat sagt immer, arbeiten, wo andere Urlaub machen. Früher hat man als Unternehmer immer alleine sein Glück gesucht in der Welt bei seiner Kundschaft. Das ist heute bei den komplexen Zusammenhängen nicht mehr möglich. Denn das einzelne Unternehmen, die einzelne Kommune ist natürlich viel zu klein, um irgendwo sichtbar zu werden. Ich kann also nur jedem Unternehmer empfehlen, dass er sich dem Verein Wirtschaft für Südwestfalen anschließt, damit er auf diese Weise nicht nur eine Plattform hat, um sich auszutauschen, sondern auch gemeinsam aufzutreten, um gemeinsam die Strahlkraft unserer Region überregional, das heißt in Europa und auch in der Welt zu vertreten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.